Leute, dann laufen wir mal schon mal die ersten Meter in der neuen Snapshot-Version. Ja, wir haben ja einen neuen Nether, die Bienen sind jetzt mittlerweile drin und auch neue Villager. Tatsächlich, vielleicht haben wir irgendwo ein Villager. Oh, da ist tatsächlich eins in der Ecke. Nice one. Wie machen wir das jetzt? Du rüstest uns vorher aus und wir gehen mit so ein bisschen Stab hier durch den Nether. Oh, Matra, nein. Wir machen das Ganze spannend selber. Wir fahren uns ja schnell hoch, ne? Kleines Speedrun-mäßig. Speedrun-alike. Und die Old, Alter, die läuft richtig schön flüssig, die Version. Das kann ich dir sagen, oh Matra. Die schmeckt gut, ja? Mmmh, mmmh, so gut. Do not show this online play is not rated. Was will er von mir? Du sollst dein Genital nicht in die Kamera halten. Okay. Der Song heißt Jause. Ist richtig, Leute. Ihr habt es begriffen, tatsächlich. Wahnsinn. Machst du das, weil das sehr, sehr viel Geld bringt oder einfach, weil es dir sehr viel Spaß macht? Weil es mir sehr viel Spaß macht, Alter. Ich habe einen Song innerhalb von vier Stunden produziert, von Matra, und das ist ein Ohrwurmbanger. Und wenn du ihn gleich hören wirst, wirst du denken, fuck. Rewi ist so talentiert in allen Sachen, die er macht, Alter. Genau, genau. Matra, wo bist du? Ich stehe hier und... Ich stehe hier und ich stehe hier. Ein bisschen Kohle. Alter, Leute. Ja, geil. Alter, Max. Trimax. Try to the max. Wir haben gleich Sex. Kannst du machen... Ich geh die Diamanten holen. Ich geh Essenfarben, dann können wir direkt los. Ich mach kurz mein Intro, ja? Ich bin kurz weg. Am besten Judas bin ich. Ich hab ehmsten Diamanten gefunden, komm schon. Wie lange ich spielen will? Ja, das ist primär halt Luck, ne? Wenn ich es halt jedes Mal mache. Wann haben wir das letzte Mal gezockt? Wann ist das andere... Wann haben wir jetzt so viel gecrafted? Longer Time Hair. Ich hab Bock auf neues Minecraft-Projekt. Hey, ich auch. Kommt ja, die Tage kommt ja noch was, ne? Ja, da kommt was, da kommt was. Wir haben ja schon was geplant. Komm mal kurz her. Dann rennen wir mal rüber zum Dorf. Ich weiß gerade gar nicht, wie startet man eine Meinschaft? Ist das... Alter. Ich wollte jetzt gerade so ein bisschen... Wir müssen ja, um in den Nether zu kommen, müssen wir ja... Nimm mal hier. Ich bin sogar Speedrun-mäßig unterwegs. Ne, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Komm, let's go. Lass mal rüber gehen. Komm, wir rennen mal rüber ins Dorf, Romata. Kommst du mit? Ich bin hinter dir, ja. Ich bin auch hinter euch. Halb Eisenrüstung, das reicht eigentlich so für den Nether. Romata, wie viele Dias hast du? Ich hab keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich nimm Bambus mit für die Bambusfarm. Ich habe eine... Ich habe eine... Ich habe eine Dia Pickaxe und jetzt noch zwei Diamanten über für den Nether. Hä, hier kann man nichts abbauen, ist das richtig? Wir haben Max verloren, SOS, Alarm. Ach nee, das kann doch nicht sein. Ja, aber guck mal, ich hab dich fast verloren. Max, weil es ist Spawn Protect. Das ist... Hör mir auf, das haben wir schon zehnmal gehabt. Boah, der läuft richtig schön flüssig, dieser Snapshot. Richtig nice, Alter. So, seid ihr bei mir? Romata, kannst du mal den Lost Boy? Ich bin bei Max, ja, ich bin bei Max. Ich hab Romatra in der Hand, ich bring ihn dir. Wo sollen wir hin? Da hinten, komm Romatra, Romatra steckt dich schon wieder an. Alle Schafe hier schlachten, damit wir genug Essen haben. Oh, das war mutig, Max. Ja, war mutig, ne? War mutig, war mutig. Okay, wir haben jetzt hier schon das erste, glaube ich, neue. Wir haben nämlich neue Dorfgenerationen, wobei ich glaube, das war schon in der 1.15, wenn ich mich nicht irre, wie die neuen Dörfer jetzt generieren. Richtig krass, guck mal, was für ein Riesendorf das ist. Schau mal, wie das hier aussieht. Alter, der ist ja voll groß geworden und so. Gib mal die ganzen Dinger, ich mach daraus Brot, Romatra. Okay, dann machst du daraus Brot. Hier, einen hab ich noch. Achso, das Dorf ist jetzt einfach größer? Ja, und es gibt halt auch mehr Loot in den Häusern. Also, check mal die Häuser alle aus, wegen Kisten und sowas, ne? Das ist schon wieder so, Adis geht genauso assi los, wie letztes mal aufgehört hat. Natürlich, Alter, natürlich. Hier ist ein Brewing-Stand. Was ist die, was ist, ja. Ja, danke. Gute Frage, aber gute Frage. Was denkt sich der, was denkt sich der Herrscher dabei? So, hier ist ein Dorf, da könnt ihr hinkommen, ihr habt krassere Waffen, ihr könnt die komplett ausnehmen. Und die wehren sich nicht. Die wehren sich nicht. Die wehren sich nicht, die können nichts machen, weil die einfach unterentwickelt sind. Was lernt man daraus? Was soll das? Das ist doch ein gutes Learning für die, für die, äh, für die jungen Leute. Der Stärkere gewinnt, ich find das eigentlich... Dass man sich immer das nehmen sollte, was man kann, ja? Und keine Rücksicht auf humanitäre Verluste haben sollte. Ist ein Riesendorf, Alter, Wahnsinn, Junge. Das ist echt ziemlich groß. Oh, ich hab mein Bett mitgenommen. Perfekt, das ist gut, wenn wir gleich im Nether sind. Das sind Betten besonders. Die sind ja auch wieder Kinder und so, ne? Ja, ne, 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 jetzt hör mal auf, die Kinder zu schlachten, Max. Das fangen wir jetzt nicht an. Ja, die Kinder sind die ganz besonders hässlichen schon wieder. Wenig Kisten aber hier in dem Dorf drinne, tatsächlich. Ist ja hier oben ne Kiste? Also so wie, so wie, äh, Mojang. Scheiße, wie heißt der jetzt? Publisher? Mojang, ja. Mojang. Mojang ist... Mojang, würde ich sogar schon fast sagen. Mojo Jojo. So wie Mojang drauf ist, würde ich dir das sogar zutrauen, dass die, dass die Kinder am meisten oder das, das beste Fleisch droppen oder so ne Scheiße. Alter, Junge. Ja, ist doch so. Mag jetzt, ist, glaub ich, ne sehr gewagte Aussage, Max. Doch. Ich hab nicht eine Kiste gefunden, ich hab nur 80 Betten mitgenommen. Ich hab auch nur eine einzige Kiste gefunden. Du hast gesagt, die, du hast gesagt, die Städte haben mehr Loot, es gab nicht eine Kiste. Ja, aber hier. Die haben einfach weniger. Alle laufen jetzt rein. In ihre Häuser. Schnell genug sich. Der ist ja, der ist ja saudum. Max, warum machst du das jetzt? Guck mal, was hat der dir getan? Wieso schlägst du den schon wieder? Du meintest, ja, keine Ahnung. Hier, hier ist, ein bisschen Brot für euch. Ich hab noch mehr, warte. Oh, scheiße, cool. Oh, ich hab's. Ja, ist doch low. Ich verklicke mich die ganze Zeit. Warte, Max, ich gebe's Verklicken in Minecraft, okay. Ich bin voll so, äh. Ja, erzählst du mir, welches Spiel hängst du jetzt gerade schon wieder? Ja, bist du in den Steuerungen drin, okay. Komm mal her, Max. Mann, ich hab alles vergessen, Mann. Wie baut man Brot und sowas? What the fuck? Holy shit, Mann. Kann man so schlecht werden? Das ist wirklich Dummheit. Ich krieg doch nicht mal Sachen aus dem Ofen genommen. Alter, wie kam... Du hast das zwei Tage nicht mehr gespielt gefühlt. Hier, Max, hier ist Brot für dich. Würdest du sagen, dass es maybe so eine Art geistige Behinderung ist? Es ist ganz komisch, weil... Ja. Okay, Romata, pass auf. Wir sollten jetzt mal schnell Obsidian farmen und dann können wir jetzt eigentlich ab in den Nässer machen. Dann geh ich jetzt Obsidian farmen. Ich geh vorne noch ein paar Kartoffeln holen. Was war meine Aufgabe? Deine Aufgabe ist... Ja gut, was ist deine Aufgabe, Max? Stimmt, warum? Eigentlich bist du nur dabei und lost. Und für die paar... Für Reviews halt auch, ne? Ja. Wir gehen jetzt zusammen Nether holen. Komm, Max, wir machen das zusammen. Komm, Max, Max. Komm, wir gehen jetzt hier runter. Wenn du das schon fragst, Max, will ich wissen, was du da gerade machst? Ich hab wirklich nichts gemacht, deswegen wundere ich mich ja. Ey, 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 ey! Romata, warum ist deine Stimme so ätzend? Erklär es bitte. Nice. Cool Unterhaltung, Romata. Ja, deiner Meinung. Nein, what the fuck? Das kann ja schon wieder so losgehen. Chill doch mal. Du, was, was? Ich soll chillen? Ich soll chillen. Du schlägst mich in die Ecke und boxt mich in die Erde rein. Hier, Max, hier, Max. Erde. Also, geht das schon wieder los? Warte, Max, hier noch für dich. Ja, wie, was soll das? Das ist eine Rüstung. Zieh die an. Warum macht Romata so dumme Geräusche? Hast du mir noch mehr Rüstungsteile gegeben? Natürlich nicht. Ich hab nicht mehr. Aber ich farm gleich noch was. Okay, ich kümmere mich um die Zuckerrohrfarben. Wir bauen jetzt keine Zuckerrohrfarben. Ja, wir gehen jetzt erstmal in den neuen Nether. Holy shit, Alter. Ey, lass auf jeden Fall irgendwie, wann ist das nächste Craft Attack? Geh mir jetzt meinen Scheiß zurück. Ich hab deinen Scheiß nicht, Alter. Bist du bescheuert? Ja, warum schreit der denn schon wieder so? Wie dumm der ist. Ich muss 18 Uhr kurze Pause machen für Jause. Lohnt sich aber. Alter, hab dich gerade gleichzeitig umgebracht, hier Idioten. Du bist so scheiße, Max. Und jetzt hast du keinen Spaß mehr. Du bist halt auch noch... Jo, nein, ey, hallo. Oh, scheiße. Lass doch chillen. Du bist der schlechteste Minecraft-Diener auf dem ganzen Server. Und hier sind nur drei Leute drauf. Auf dem ganzen Server. Warum klingt deine Stimme wie eine hysterische Frau, Junge? What the fuck? Ja, Mann. Digga, kann doch nicht schon wieder sein. Sehr gut, da ist mein Killkopf. Schuld. Scheiße, was war nochmal meine Aufgabe? Max, wie konntest du nach... Alter, du hast Alzheimer, Junge. Du hast wirklich eine... Nein, nein. Er hat mir keine Aufgabe gegeben. Deswegen hab ich Romatra getötet. Nein. Und verloren. Stop, er hat verloren. Geh mit rum, geh Eisen fahren, Max, okay? Nee, du hast doch gerade okay gesagt. Komm, du hast doch schon Ja gesagt. Aber wenn du in meine Nähe kommst, stirbst du, Max. Warum... Was zum Teufel? Oh, jetzt hab ich's. Wir brauchen einen Enchantment-Table. Dafür brauchen wir Bücher. Und für Bücher brauchen wir... Keine Zuckerrohr... Max, wir wollen jetzt den neuen Nether angucken. Warum willst du eine Zuckerrohrfarm bauen, Bro? Ja, warum hat man mein ganzes Stuff geklaut? Ich war wenigstens so nice. Und bin einfach da auch ein Ehrenmann. Nice war das. Ich halte mich an den Kodex. Komm, was hattest du denn? Was willst du hier? Das war dein... Auf seine Sachen liegen lassen und er hat all meine Sachen... Ja, ja, so vier Betten, die nur so in deinem Grund in deinem Inventar hat. Oh, Triwix hat vier Betten. Das ist ja so geil, ne? Hinter dir ist ein ertrunkenes Kind. Geh doch jetzt deinen Schwert holen. War eine Größe? Ja, der ist im Wasser. Ach, der ist im Wasser. Nein, nein, Max, nein. Nein, das ist sehr klein aus. Ja, weil der im Wasser ist, Junge, du Bot. Mein Gott. Max, dein Schwert ist in der Höhle. Alter, ich kam schon wieder nicht klar. Max, dein Schwert ist in der Höhle. Bitte geh in die Höhle unten rein und tu deinen Schwert. Nein, 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 wir gehen jetzt mal kurz schlafen, Jungs. Kommt her. Hier, hier vorne ist unser Community-Haus. Hier schlafen wir. So, dann wäre das geklärt. Wo schlafen wir? Im Community-Haus. Hast du dich schon wieder umgebracht? Nein, nein, nein. Der kehrt mich einfach. Der ist zu dumm für das Spiel. Nein, ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn noch nicht mal gewehrt. Ich habe einfach meine Waffe abgelegt. Wir werden kein Progress haben, wenn das so weitergeht. Just saying. So, wollen wir jetzt im Community-Haus schlafen? Du hast einmal in Metall. Ich habe 30 Metall rangeholt. Ich habe runtergezählt von drei. Wollen wir jetzt mal in den Nether ein oder wie? Ja, Jungs, rein in den Nether. Drei, zwei, eins und rein in die Olga. Kommt, let's go. Was für mein Schild? Hat jemand mein Diamond-Schwert? Wir sind direkt in einem neuen Biom gespawnt. Oh mein Gott, unser Kantal ist direkt kaputt gemacht worden. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wie viele Garst sind hier? Wir haben richtig reingeschissen. Wir sind direkt in einem schwersten Biom gespawnt, wo überall Garst sind. Okay, Koordinaten vom Portal merken. Oh mein Gott, okay. Wie ist das blaues Feuer? Lass uns, ja, Digga, ganz müde, Noma. Pass auf, lass uns hier vorne in den Nether Forest gehen. Erstmal hier die Garst töten. Tötet man die Garst schneller. Oh mein Gott, Hoglins, 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 Hoglins. Nicht schlagen. Scheiße, die sind aggressiv, die Pikmin. Okay, der Nether ist insane schwer, ist insane schwer, Leute. Was hast du eingestellt, Mann? Ich hab nicht eingestellt, Mann. What the fuck, Mann? Hier sind überall Leute. Leute. Und es ist alles Sand. Wurde, das ist ja ganz geil. Alles Sehensand. Es ist alles, äh... Hier sind diese neuen Wurzeln, ne? Was ist das hier nochmal? Was zur Hölle ist das hier? Basalt. Basalt? Ja. Blaues Feuer, Sehensand brennt jetzt mittlerweile blau. Was ist das für... Wir schreiten hier so krank. Die Garst wahrscheinlich. Garst gegen Gar... Au! So, Soil? Ja, aber es gibt einmal Soul-Standle mittlerweile, Soul-Soil. Vorsicht, hier vorne sind Hoglins. Die sind saustark und die haben auch noch so Reittiere dabei. Seht ihr die? Oh Gott, ja! Aber die sind krank langsam. Macht doch mal die Garsts alle weg, das nervt ja. Let's go, Jungs. Hier in den Wald rein, hier in den friedlichen Wald rein. Alle Hoglins sind das hier vorne. Die sind doch saueraggressiv, die Hoglins. Was soll das? Ich bin hier vorne im Soul-Forest. Okay, warte, wir snipen hier mal. Wir snipen hier mal. Hab einen down. Hinter die Romatra. Sind das Hoglins? Ah, das sind Piglins. Das sind Piglins. Hoglins sind die hier vorne, ne? Oh, was ist das denn hier? Das riesige Reit hier. Wollen wir das mal töten? Ja, ja, das würde ich gerne töten. Ist das ein Hoglin, Leute? Ja, ne? Wollen wir das Reit hier töten? Piglins? Ey, lass mal das... Es gibt Piglins. Hilfe! Tötet es. Jawohl. Und da ist ein Baby-Hoglin. Guck mal, der kann sich noch gar nicht wehren. So dumm, Alter. Tötet ihn sofort. Wo ist der? Hier, guck da. Was? Ähm... Okay, also ihr seht, wir haben jetzt Wälder im Nether mittlerweile und so richtig geile Funken und sowas, ne? Ach, der greift immer noch an. Die sind... Wenn einmal ein Schwein aggro ist, sind alle Schweine aggro. Oh, normales Holz. Die Pilze haben noch keinen. Nutzen, glaube ich, die Crimson Fungis. Die weinen es auch noch nicht. Oder kann man den Pilzen schon was machen, Chad? Macht blaues Feuer mehr damage? Ja, ein bisschen. Dig, was ist denn alles neu? Was hast du da abgebaut? Was, was hab ich da abgebaut? Shroomlight. Das sind so... Die sind richtig schön. Das sind so Pilzlichter. Das ist eine neue Art von Lichtquelle. Die greifen mich alle an, Digga. Das... Wieso sind die jetzt immer aggro, oder was? Die sind immer aggro. Die sind immer aggro. Oh mein Gott, die schleudert einen so hoch. Warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal, siehst du? Ja, die geht doch nicht hoch, Alter. Krass. Und die halten echt einiges aus. Okay, krass. Lass uns weiter erkunden. Musik Musik